Oh! 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 In... Ja! Ja! Jo! Die lauf schon da vorne! Angehältet! Hit! Die Richtung! Es versuchen die aber auch! Okay, ich hab gegen jemanden getroffen, aber... Mir ist er... Bei mir! Schießt auf mir runter! Angehält! Angehält! Da oben wo einer? Hinterm Turm wo einer? Oh damn! Das wird nichts mehr! Positiv bleiben! Immer positiv bleiben! Der beim Turm ist da oben! Okay, passt! Passt einer, muss er sein! Sehr gut! Ja bei mir! Da oben drin, hinten ist er im Volt! Hit! Ja! Hinten im Volt Stück ist er klaufen! Es hat zwar... Es hat zwar... Es hat... Es hat... Du laufen! Der ist da hinten weitergelaucht im Volt rein! Oh! Pink bitte! Ah! Sehen! Hier! Oh! Er hat mich sehr gut treffen! Der versucht zu turgeln! Da ist einer! Einer! Einer ist noch da oben! Eins Punkt! Er ist bei mir! Bei mir! Bei mir! Ja! Das sind noch White Shirts sonst... Also den Sandwichen... Buschen wir jetzt gemeinsam oben den beim Stefan beim Turm... Und dann... Dann den anderen White Shirt! Ich habe das letzte Mal gesehen... Der ist da hinten irgendwo beim Waldstück... Weil es sein Body liegt vor mir... Das ist dumm! Oje! Von wo? Da hinten! Aus der Richtung schießt er! Da hinten ist er! Dort! Dort schießt er! Der ist der Zweiter! Da hinten ist er gerade geschlagen! Der Zweiter müsste links kommen von dir Steffen! Pass auf! Der ist schon gekommen! Mit so einem Mundtuch! Nein! Nein! Mit dem Motor ist der andere, was noch steht! Der ist da hinten runtergelaufen! Irgendwo da hinten wieder gewesen sein! Der wirft was! Hat ein HALF-Problem! Bei mir läuft einer! Ah! Er läuft wieder da hinten! Ist ja ganz im Wald! Das Stück ist er! Da hinten ist er wieder gelaufen! Er hat runtergecircelt! Ich habe keinen Heel mehr! Da lege ein Leichen auch auf dem Spitz! Geht der HALF mir an! Er zirkelt! Er ist bei mir und zirkelt! Ja! Er ist direkt hinter mir das Haus auf Südwest! Oh! Südwest! Okay! Die Richtung ungefähr! Ja! Er ist im Kornfeld drin! Ja! Ich bin noch weit, Schild und die Ahne mit dem Mundduch müsste das sein! Da kann ich den Schild hier schwimmen! Dann muss ich kurz nachdenken! So! Oh! Oh! Im Turm! Geg Dick corre! da vorne raus da oh weil der wacht hinten runter der ist da hinten runter gelaufen hinter dem Hügel da der läuft da irgendwo da unten der ist hinter dem Dings da irgendwo ja der Zirkel da ist er bei mir ist er da hinter dem Hult ist er hei 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 das gibt's ja nicht push mich wow es war mega knapp ah ne ist noch da irgendwo aufpassen ab Bornheim ich kämpf nur gegen den Turm ah der ist Out of Amor ok der andere ist im Turm ganz der weise ich mache es ihnen da mit einem Stress behaak mal den Turm ein bisschen auf seinem Fernsehen ähm kannst du den Turm irgendwie so beschießen weil ihr hab nämlich zweimal Dynamit würdet nämlich sonst der Bombardement veranstalten ne dann müssen wir mal ran genau ich weiß so der Plan ihr behaakt den Turm und ich mich ranfuscht hab ihn erwischt ich weiß nicht wie stark aber es war ein Head up das hat ziemlich splashy klingen ok dann hast du ihn vielleicht gut getroffen ich sehe nämlich derzeit keine Bewegung mehr im Turm ich bin auf dem Weg zum Turm ihr habt den anderen Down? ja der ist Down bei uns ja der ist Down ihr lauft da bei mir gell? nein ich lauf nicht ich bin schon beim Turm du bist noch weit weg vom Turm ja ich sehe den Turm sehr gut ich sehe dort riesig bewegt sich nichts mehr ich sehe zumindest nichts irgendwie keine Schulter, keine Waffe, gar nichts hört eher danach aus es wäre noch nichts mehr ich wirf trotzdem mal Dynamit um rein dann brennt er aber vielleicht oder? ah mal Dynamit brennt er nicht hm der steht ok ich habe ein paar drinnen legt ja da legt er passt du hast erwischt so Christoph dann kommt zu uns ein Bluter ich habe Geier oh mein Gott ich habe Geier aber auch noch ist ein Bluter das tut mir leid wo liegt der andere? hinterm Hultstoß oder irgendeiner hinterm Hultstoß hinterm Hultstoß ja die nur leider Gottes ich habe den aus Reflex leider schon gelootet nur drei das tut mir leid drei Dote sind ja ja da dahinter da dann kann nur noch einer looten leider ich habe ihn aus Reflex leider gelootet ich hab drei ja wo sind der liegen ach so passt super dann ist gut da liegt keiner hinten da muss er liegen da hinter da weiter links warte ich sage da ja genau den kann ich nicht mehr looten ja du hast Geier bei der anderen ich habe jetzt einen Answer Jar ach so was den anderen genommen ok ja kein Geier gut den habe ich schon gelootet jetzt da die bohren haben die die so schnell schießt oder? bohren haben wir genau das ist die was du letztes Mal gesagt hast die schießt so schnell war bei mir wahnsinnig knapp ja ich habe nur mit dem Helder gewonnen ja dann gehen wir gleich ja dann gehen wir zuerst zum Butcher und dann zur Spinne genau dann putzen wir den beim Butcher pass du zieht die zwei da oben wir haben nämlich auch Geier den Arnd da oben meine und du und ich haben nämlich auch Geier ich gehe jetzt kurz in den Compound rein ich brauche dringend Munition denn Daniel ist quasi leer kurz schießen fressel Ammo? ja Was hat denn der für eine Waffe gehabt, aber die hast du jetzt genommen, oder? Ja, ja. Nein, nein. Ja, nur die Waffe zurückgenommen. Ah, was muss ich sagen? Nein, das ist die kurze Hacke. Das passt. Dann gehen wir wieder. Ich gehe nur looten, weil ich habe ja noch Geier. Ich mache nur gerade einen kleinen Lootrun im Haus. Die Plantage, weil ich Munition brauche. Ah, das ist eine Konsum-Bötzerin. Oh, sehr gut. Ich bin klug, aber für nichts. Da bist du schon drüber? Oh, ich gehe einmal hinter den Wagen. Ja, jetzt brauchen wir einen Wagen. Ja, ich gehe einen Lootrun im Turm und dann gehen wir weiter. Und dann schauen wir, dass wir mit Wischenstoff vielleicht einen Wagen haben. Nein, haben wir nicht. Ja, die haben schon aufgenommen. Ja, ich habe es gar gesehen. Die sind schon im Weg. Der schwerer Spann verspielt aufgenommen. Das wird gefährlich. Es kann sein, dass sie vielleicht eh in die Richtung kommen nach Abarthesal. Noch mehr? Ja, die kann man schon. Das war ich mitgekriegen. Ah, okay. Ich versuche nämlich gerade eine Position zu suchen, wo ich ein bisschen abpassen kann. Oh. Aber die haben so Action, da sollten wir reinkommen. Ja, die haben Action, ja. Ja, die kommen. Oh ja, da haben wir ein Pinis wirklich teilweise Katastrophen. Ja, also den Propolen werden wahrscheinlich rausgehen. Die sind nur drin. Die lukulare Biene wird aufgenommen. Der Kultpische. Oh Gott! Hunde! Boah! Ihr habt mit angetradert? Dann push ich auf Teilseiten rüber. Wollen wir mit? Ah, da ist ein Party, ist nämlich auch schon da bei ihm. Nein, die wirfen natürlich noch mit hoch. Oh! Oh bei mir, oben und unten. Wo mein Marker ist, da ist einer. Ah, einer ist da unten. Er sprengt jetzt selbst. Oh, was? Ich hab noch einen erwischt. Oh bei mir ist einer, der push mich. Flo, der ist doch direkt bei uns. Du musst rein. Bei mir ist auch einer oben. Ja, der ist da. Genau. Der kommt da jetzt noch nicht durch. Ah, da ist keiner. Ja, mal gucken, ich merk's. Oben ist einer, ja. Der ist oben drauf. Ich kann probieren, dich zu heben. Ja, Stefan, heb dich. Oh, da steht da was. Der ist da oben, die Kurve, oder? Ja, der ist gerade aus dem Gebäude wieder rein. So ins Gebäude so. Da ist noch ein Arm raus. Ich würde ihn nicht machen. Ja, ja. Wir müssen den Arn halt noch, der helft sich dann mit Badys hoch. Ja, der ist oben. Na ja, der Arn liegt da. Wir haben die Tür erschossen. Wo ist der oben? Hit. Das ist Heilung. Der ist da hinten zu dir, Stefan. Das ist Heilung. Ich zieh den... Leute, looters bitte den Typen durch. Ja, er ist von mir. Ja, ich komme. Er ist weiter nach Osten gegangen. Sertel über Osten. Wo ist noch einer? Schauen wir kurz, wo er ist. Er ist da oben. Wo, wo, wo? Noch eine Sekunde. Ich habe noch drei. Ich schaue. Er ist weiter links. Er ist weiter links. Er ist weiter links. Er zirkelt unten rum. Da laufen wir jetzt nicht mehr gegen. Er ist auf der Außenseiten. Er ist Außenseiten. Ja, er ist da oben. Ja, er ist da oben. Ja, er ist da oben. Oh, Hit. Er ist genau da oben. Wir haben Sandwich. Da oben ist er. Hab ihn. Hab ihn, nice. Schau dir nochmal rum. Schau dir mal um. Schau dir mal um. Hast du für Gaia? Ja, ich habe Gaia looted hier. Ich muss auch meinen Typen noch schnell löschen. Ja. Da ist er. Hier grüßt er. Ich habe noch schnell an Glöschen müssen. Sind alle da oben. Uuuuh. Aber da geht noch mehr jetzt. Uuuuh. Was meinst du, geht noch mehr jetzt? Wir können richtig voll looten jetzt. Da müssen wir noch ein paar rumlegen. Ich habe Gaia. Ja. Der war auch geil. Ein Bornheim doppelt und ein Gant-Offizier doppelt. Ja, der, der, der war komplett ihrer. Gehst du auf das Gaia-Hauszeug? Ich habe Gaia-Hauszeug. Hast du den zweiten da drüben schon gelootet, Stefan? Noch nicht. Auf der Treppe. Moment. Ich habe noch schnell Munition aufgenommen. Loot ich gleich. Loot schnell noch. Ich habe den Ratchet ein bisschen gelootet. Dazu bitte einer mit ohne Gaia looten jetzt. Ja, ja, ja. Okay, dann geht noch nach der Steppenstraße. Äh, wie viele Revolver liegen so. Ja, der, 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 dem waren alle komisch beworben. Relegar, Revolver. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist denn da? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Salamander, wenn ihr möchtet. Nice, das nehme ich immer mit. Salamander nehme ich auch mit. Uh, gute Runden, gute Runden. Das nimmt's, gönnt's euch. Wir gönnen uns, ja. Wir hocken, wo wir doch noch Gegner waren. Uh, böse Koppel. Ui. Keine Gegner gesehen, gell? Ich kann liegen grad. Das war Vollschießerei da draußen. Nein, wir werden irgendwo schon liegen. Zumindest du noch klumpern. Vielleicht draußen noch. Wir waren auch nicht drüber, Räuber. Hey, was denn der, schießt 2 Meter weit frei. Okay. Naja, vielleicht haben sie auch nur so geschossen. Glaub ich nicht. Ja, warte mal. Wir haben ein Team am Anfang rausgenommen. Das ist das zweite. Mhm. Wir haben ein Team am Anfang rausgenommen. Ja, ganz gut. Da, der runterstellen. Ich schieße da rein. Also, an der Runden ist schon raus. Ja, nächst du da rein, okay. Dann gibt's keine mehr. Natürlich nicht. Haben die nur so rumpallert, was kann ich nicht. Dann gehen wir in Richtung Ash Creek und so raus. Aber die Saal wieder. Ja, gehen wir da wieder hoch. Gute Idee. Let's go. Ja, das ist schön, wenn's so läuft. Das wär jetzt eine geile Runde. Aber für mich war's jetzt. Ich werd jetzt dann Richtung Bett gehen. Ach so. Aha. Ja. Wirst du das? Ja, werd ich. Mhmm. 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 Das werden wir uns schon mal anschauen, ob du jetzt den Aschlochen gestern hast. We will see. We will see. We will see. Ja, das... Das werden wir uns noch anschauen. Das... Das glaube ich nämlich nicht so ganz. Ah, da hinten ist noch ein Vita jetzt. Bring ihn. Let's bomb it. Was? 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 Die Hives hast du schon, Christoph? Hives haben wir schon durch, ja. Wir können uns noch ein Vergnügen wegbomben. Nein, ich bin auf der Chaosbomb. Die Herr Mietheit. Hier. Ah, da ist er. Alles gut, Dynamit. Wenn du ihn kurz mit Ruhe lässt, ich habe Dynamit. Ja, bitte. Nice. Ah, Leichtfuß habe ich. Leichtfuß. Oh, ne mit. Nice. Leichtfuß, das darf ich nehmen an. Ja, nehm. Ich habe es schon. Markierst du es mir? Direkt beim Eingang von deinem Boden aus. Arme markieren reicht, danke. Was ist mit einem? Nein, du hältst es nicht. Wer ist denn drei Punkte? Und? Ich bring dir nämlich einen Friendmatcher auch. Ich bin eins Punkt. Geht's. Wir brauchen das wieder. Toll, der geschießene Armer da. Direkt dort beim Eingang ist das. Das ist unsere Stadt. Wo ist denn das? Daxaxan. Ah ja. So, Bombo-Lanzo. So, Bombo-Lanzo. Schwing ich vom Blösel, ich habe gerade Bombo-Lanz. So, nice. Oh, ich habe Munition. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Dass ich da schon mal heute war, Christoph. Was sagst du? Nee, ich komme mir bekannt vor. Also mal, was passiert. Liegt da da? Ist mal, was passiert. Schau, der liegt noch immer da. Klar, der liegt ja noch da. Der liegt da, bis es vorbei ist. Da hat ein Kettel dabei. Da kann mir die ganze Munition nichts anfangen. Hat irgendwie keiner was für mich dabei gehabt. Die hat auch einen Zweck erfüllt bis jetzt. Ich sehe noch schnell, glaube ich. Genau, die Berthier und die Sender. Ich glaube, er kann ja auch nichts anfangen. Diese starren, leeren Augen. Wie romantisch. Wie damals in Frankreich. Oh, what a devil. Das klingt ein bisschen zu... Oh, what a devil. Wo? Ich starte mal den Timer, okay? Hey, schüttern auf mich drauf. Oh, da bin ich denn dran. Oh, damn. Fünfzehn. Hm, es ist los, komm. Hey. 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 Ja, bin damit was beworfen. Hey, good looking. Hi. Yo, das war eine gute Runde. Das war Spaß. Da war Wipe. Wup, wup, wup. Nicht ganz. Na, fast. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Ich bin, ich bin, ich bin. Da war ein bisschen. Vielen Dank.